Freunde, das krasseste, heute mein Prozess, da ging es gar nicht um die Aufheilung, da ging es um Affenvideo, was ich mal in der Vergangenheit gepostet habe, in meiner Story. Ey, was willst du? Bei mir gibt es nichts zu holen, schlimm sogar Schokobrötchen aufraten. Bei mir gibt es nichts.